Herzlich Willkommen zu dieser Videoreihe, bei der ich mich damit beschäftige, welche Kenntnisse man ebenso benötigt, um eine vorwissenschaftliche Arbeit, eine VBA, eine Diplom bei der Seminararbeit zu schreiben. In diesem Video geht es darum, den linken Seitenrand auf 3,5 cm einzustellen. Also wie stelle ich den linken Seitenrand ein? Ich gehe dazu hier dann in dem Fall auf Layout, bin bei der Registerkarte Layout also, gehe ich auf Seitenränder und habe hier schon vorgegebene Möglichkeiten. Und wenn ich mir sie genau einstellen möchte, also wie links der Abstand ist, also hier dieser Abstand oder eben dann rechts, gehe ich hier auf Benutzerdefinierte Seitenränder und kann hier dann geziel einstellen, was ich möchte. Wenn der linken Seitenrand auf 3,5 cm sein sollte, gehe ich hier auf 3, 3,5 cm und klicke auf OK und der Seitenrand wurde auf 3,5 cm eingestellt.